Jo Leute, was geht ab? Angenommen, schaut mit einem neuen Diablo 4 Video. Ich möchte kurz mein PTR-Feedback an euch übermitteln, wie ich den PTR so gefunden habe. Ja, es gibt schon viele Videos hier draußen auf YouTube, deswegen versuche ich mein Video relativ kurz, knapp und bündig zu halten. Ich habe mir im Vorfeld schon mal einige Gedanken gemacht und mir Notizen gemacht, was mir so aufgefallen ist, was mir Spaß gemacht hat, was noch Bedarf braucht und generell über den PTR. Ja, fangen wir doch erstmal an und zwar, bevor wir in diese ganze Liste reingehen, ich möchte erstmal sagen, ich bin ultra gehypt auf Season 4, ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass der PTR in so einem guten Zustand ist, dass es alles so reibungslos funktioniert und es hat ultra fun gemacht, auch wenn ich gleich drauf komme. Es gab ein paar Probleme, war es generell doch sehr spaßig und ich hätte tatsächlich noch viel länger gezockt und ich freue mich umso mehr auf Season 4, also Season 4 wird ultra hype, Season 4 wird mega geil und ich weiß richtig, ich werde richtig shrine grinden. Schreibt selber in die Kommentare, ob ihr den PTR auch so gut fandet wie ich und Season 4 mega hyped und zockt und vor allem, welche Gleise ihr spielt, also auf jeden Fall in den Kommentaren rauchen. So fangen wir doch mal an, erstmal allgemein. Wie gerade gesagt, ähnlich haben wir den PTR, um neue Sachen zu testen. Das ist so elementar wichtig, denn mit Season 1, 2, 3 kamen so viele Broken Builds und Broken Items und Broken was weiß ich, ich spiele das erstmal ein, zwei Wochen lang komplett alles zerstört habe und dann hat Blizzard gefixt und gefixt, dann waren die Leute mad und da war es irgendwie nicht richtig und keine Ahnung und das haben wir teilweise jetzt auch gehabt, wir haben manche Mudds gehabt oder manche Builds, die ultra Broken sind, weil sie einfach verpackt sind und das konnten wir jetzt so feststellen und das kann dann Blizzard fixen. Blizzard hat auch schon gesagt, sie werden vieles davon fixen. Sie werden auch zum Season 4 Update-Blog, wo es ja auch ein Kämpferentscheid gibt, nochmal einen Blog dazugeben, was sie so an Feedbacken mitgenommen haben und ändern. Außerdem, der erste Schritt ist mit dem PTR gemacht, aber beim nächsten Mal, bitte Blizzard, gerade bei einem PTR, wo die neue Itemisation getestet werden, toll oder Mutz und das neue Crafting und die neuen Aspekte, bitte macht doch ein PTR-Händler, dass man sich unendlich Crafting-Mats kaufen kann. Die ganzen Items wie Unix und so weiter, die Aspekte haben wir zum Glück gehabt und ja, ich kann es verstehen, wenn Blizzard sagt, wir wollen, dass ihr das findet und das spielt, aber dennoch, wir hatten teilweise so wenig Muts, also ich habe so wenig Muts gehabt, weil ich mir nicht diese Chars auf 100 gezogen habe, dass ich teilweise nicht mal richtig temperen konnte und mit einem Char rumgeran bin, der voll Crap war, weil ich halt einfach nicht so viel zocken konnte. Deswegen, das wünsche ich mir auf jeden Fall noch für zukünftige PTRs, dass es einfach einen Händler gibt für alle möglichen Items, denn ist er ein PTR. Außerdem, wie gerade gesagt, neue Änderungen fühlt sich einfach wie ein komplett neues Spiel an, mega geil. Es gibt dem ganzen Spiel eine neue Würze, es wird so viel ferner mit dem neuen Crafting-System, mit dem neuen Itemization. Also da hat Blizzard wirklich mal sehr gute Arbeit, gleichzeitig kann man einfach nicht anders sagen. So, dann steigen wir auch in das erste Topic rein, die Itemization, da wurde ja viel verändert. Bei Legendaries haben wir jetzt statt vier Affixer nur noch drei und bei Rares statt vier nur noch zwei. Und das ist auch schon das erste. Rare-Items sind irgendwie im Endgame ziemlich useless. Also ich habe tatsächlich irgendwann nur noch Rares komplett gesalvaged. Da hoffe ich, dass sie dann doch ein bisschen eine Verwendung finden, zum Beispiel, dass man einen weiteren Tempering-Afix drauf machen kann oder zum Beispiel eine Chance hat, noch irgendwas anderes Cooles zu machen oder dass Rares eine eigene Tempering-Kategorie haben oder irgendwie sowas, irgendwie, dass Rares auf jeden Fall weiterhin lukrativ sind und auch nice sein können und nicht einfach komplett useless anfühlen. Außerdem, was ich sehr gut finde, Items sind viel übersichtlicher. Ja, ich habe jetzt nicht mehr diese ganzen useless Stats, sondern ich habe direkt gesehen bei einem alten Arm, okay, Schaden über Zeit, Max-Life-Int, cool, nehme ich mit oder brauche ich nicht. Das ging viel schneller. Außerdem, wie gerade schon erwähnt, auch die unnötigen Item-Afixer sind endlich weg. Das war so wichtig, denn das hat es teilweise so schwierig gemacht, über diese Items überhaupt drüber zu lesen. Wir haben ein paar neue Stats. Wir haben jetzt zum Beispiel Basic-Skills auf Gamaschentraub, wir haben zum Beispiel Life-Prohid, wir haben Geisterkraft pro Sekunde und wir haben auch noch die Affixe auf weiteren Slots. Das heißt, hier mehr Stats-Vielfalt in den Slots. Wir können zum Beispiel Max-Life auf fast allem rollen, Attack-Speed zum Beispiel auf Ring drauf, das ist halt mega cool, Crit-Chance auf Amulett drauf, sodass ich jetzt wirklich sagen kann, okay, ich möchte mein Chavegis spezifisch auf den einen Stats aufbauen oder ich möchte einen Stats ultra krass pushen und ich nehme dafür einfach alle Items rein. Das war ja davor nie so wirklich möglich. Das ist sehr geil. Außerdem das Wegfallen von Schadensreduktion-Affixen, das wird tatsächlich im Live-Server, glaube ich, für viele Leute dann auch ein Problem werden, weil wir sind nicht mehr so krass tanky. Aktuell ist das so, wir nehmen einfach Triple-DR-Pens oder Vierfach-DR-Pens und Vierfach-DR-Armor und dann haben wir schon unsere Dev und ja, es war alles ultra einfach. Das fällt jetzt weg. Jetzt gibt es fast keine Schadensreduktions-Affixe mehr. Da werden auch dann Schadensreduktions-Aspekte oder Pangen und Knoten umso wichtiger. Und das finde ich tatsächlich gut, denn so hatten wir jetzt weg. Das erste Mal als Bild wirklich die Aufgabe, okay, gehe ich mal in die Defensive mit meinen Affixen, dann kann ich vielleicht im Skill-Bomb mehr machen. Oder zum Beispiel, ich gehe in meinem Skill-Bomb noch viel mehr auf Defensive, dann kann ich vielleicht was bei einem Gear von der Defensive wegnehmen und Offensive noch mit reinnehmen. Und so kann man sich so sein Bild besser bauen. Oder zum Beispiel, wenn man einen krassen Tempat-Stat getroffen hat mit einem krassen Masterworking-Update, dann kann man auf einmal wieder einen Offensiv-Slot freimachen, weil man durch das eine Item viel mehr Defensive bekommen hat. Also overall sehr cool. Es ist auch ausbaufähig, aber für das erste habe ich mich riesig gefreut über Itemization. So, dann außerdem noch die bessere Erkennung bei Gear mit Creator-Affixen. Creator-Affixe können ja droppen und das sind Affixe auf einem Item einhalbmal so gut wie bei einem normalen Item. Das heißt zum Beispiel, statt 10% Attack-Speed, 15% Attack-Speed auf einem Item. Das wird aber aktuell noch nicht so gut erkannt. Blizzard hat auch schon als Feedback gesagt, jo, wir versuchen irgendwie, dass da so eine andere Farbe reinkommt oder so ein Legendary Beam oder sowas. Deswegen bin ich mal gespannt. So, jetzt beim Tampering, also die Basis ist geschaffen. Es ist ein sehr cooles System. Aktuell sind es noch ein bisschen wenig Rezepte, aber wie gesagt, es ist der Anfang. Blizzard hat ja auch schon gesagt, es kommen noch mehr Crafting-Sachen rein oder noch mehr Systeme rein, die quasi mit dem Tampern agieren werden. Deswegen da bin ich mega gespannt. Sie können in Zukunft auf jeden Fall mehr Rezepte einbauen. Zum Beispiel pro Season können Sie einfach ein neues Rezept einbauen und dass das automatisch immer wieder größer und breiter wird. Da bin ich mega gehypt. Es ist außerdem ein aufregendes System, wirklich um eurem Bild weiter zu individualisieren. Bestes Beispiel, ich will komplett auf Rabies, also Tollwut gehen. Das heißt, ich hau alle meine Tampern-Affixe in Schaden über Zeit rein. In Tollwut-Schaden, in Tollwut-Coolhorn-Dakts und so weiter. War ja davor, ist jetzt nie möglich. Da war es sehr schwer, sich auf ein Bild zu individualisieren. Das ist auf jeden Fall geschaffen und das ist sehr nice. So, jetzt noch zu ein bisschen negativen Sachen. Man kann theoretisch ein Item softbricken. Man hat ja fünf Versuche, um seinen Tampern-Affix zu rerollen. Man hat ja eine Auswahl von vier von diesen Affixen, die man kriegen kann. Man möchte ja einen genauen Affix bekommen. Wenn man diesen nicht bekommt, hat man fünf Versuche Zeit. Wenn man das nicht geschafft hat, in diesen fünf Versuchen, dann ist das Item quasi mit diesem Affix belegt. Es softbrickt das ein bisschen, weil man nicht den gewünschten Affix drauf hat. Man kann es aber weiterhin benutzen. Ich finde das nicht schlecht. Manche haben sich aufgeregt, aber ganz ehrlich, das ist doch genau das, was wir wollen. Dann nimmt man nächstes Mal das nächste Item und versucht, das dann zu einem perfekten Item zu machen, dass man am Ende sich hinstellt und sagt, ich habe das perfekte Item gecraftet. Deswegen das finde ich tatsächlich gut. Schreibt aber auch selber mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. So, dann außerdem, was auch noch nicht so gut ist, Elemental Search. Ich weiß gerade nicht genau, wie es auf Deutsch war, weil fast alle Tampering-Rezepte waren auf Englisch. Elemental Search hat man eine Glückstreffer-Chance, irgendeine Art von Schaden zu machen. Also zum Beispiel physischen Schaden, Gift-Schaden, Cold-Schaden. Und das hat teilweise so gesnowpollt, dass man einfach Bosse komplett gewonshotet hat. Also das war komplett broken. Und es war einfach der Schaden-Affix viel zu hoch. Blizzard hat hier aber auch schon reagiert und gesagt, jo, wir gucken uns das auf jeden Fall an. Wo die Stunden so, haben wir einen Podcast gemacht. Die haben gesagt, Elemental Search am besten komplett rausnehmen. Ich finde es eine interessante Mechanik, dass man Glückstreffer-Chance hat, zum Beispiel Gift-Schaden zu machen, aber sie müssen es besser balancen, dass es nicht komplett broken ist und komplett alles wegschießt. Also ich bin ja tatsächlich mehr, dass Elemental Search ein bisschen mehr generft wird oder ein bisschen geändert wird. Aber an sich finde ich das System ganz cool. Das konnte man auch auf eine Waffe nur drauf werfen. So außerdem, manche Rezepte sind nicht wirklich gut. Also da sind wirklich manche Rezepte, zum Beispiel bei der Waffe beim Druide habe ich einmal Lash Rate Duration ist so, naja, nicht schlecht, aber Rabies, also Tollwut Duration ist halt komplett Crap, weil was brauche ich? 50% mehr Duration. Ich will ja, dass mein Gift in weniger Zeit mehr Schaden macht, weil es ja das größte Problem von Tollwut, dass es einfach viel zu einem braucht. Und vor allem noch 8% kritische Treffer-Chance von Zerfetzen, also Shred. Die kann ich zum Beispiel durch ein Item einfach viel besser bekommen. Also ich kann einfach das durch einen anderen Tempered Affix viel einfacher bekommen mit, indem ich 10% generelle Crit-Chance drauf bekomme oder so. Also das ist noch ein bisschen wack. Dann ist es gleich hier zum Beispiel Gewittersturm gibt, die ja auch Plus Duration, was ja keinen Sinn macht, denn man tut ja aktuell Gewittersturm tappen, da man ja die ganze Zeit so versucht, zum Beispiel manche Sachen wieder freizuschalten. Und ja, da hätte ich mir lieber gewünscht, dass ich zum Beispiel Gewittersturm Schaden bekomme oder die Zeitabstände, wo Gewittersturm Schaden macht, geringer werden. Also das muss vielleicht noch überarbeitet werden, aber generell cool. Und außerdem ein Bedenken, dass Unix, wenn sie nicht überarbeiten werden, gerade alle auf lange Sicht von den Tempered Items abgelöst werden. Warum? Wir haben einfach ein Affix mehr auf den Tempered Items und vor allem die Affix sind teilweise viel besser als die ganzen Unix-Items. Bestes Beispiel ist der neue Druhenring, der hat komplett Crabsdatz drauf, verstehe ich nicht. Den nimmt man nur wegen der Eigenschaft. Und du hast aber halt mit einem Ring, den du Mastercraft hast und Temper hast, einfach viel besseren Ring. Deswegen hier müssen wir auf jeden Fall was machen, dass Unix nicht komplett abgehangen werden. So, dann kommen wir weiter zum Mastercrafting. Und zwar, das ist ein sehr geiles System, um seine Affixe zu pushen. Kurz für euch, wir haben jetzt eine neue Möglichkeit, dass wir unsere Items zwölfmal upgraden können. Davor waren es ja fünfmal, jetzt sind es zwölfmal. Man findet die Mats dazu im Pit. Und je höher man geht, findet man bessere Materials dafür, um das zu craften. Und alle drei Upgrades, also vier, acht, zwölf, werden ein Random-Affix um 25% geboostet. Da kann man sich ein krasses Item bauen. Und man kann auch den Selma-Affix dreimal hochboosten. So, das ist an sich sehr geil. Aber bitte, Blizzard, nimm die Animation weg. Das war irgendwann so ultra nervig. Ich wollte einfach nur hochcraften. Jedes Mal musste ich warten. Bis hochkleines... Das Video draufgedrückt. Und ich habe pro Upgrade drei Sekunden gewartet. Und das war echt furchtbar. Deswegen, bitte, Blizzard, gibt uns die Möglichkeit, komplett die Animation zu skippen. Das war einfach nur drauf, wenn man können, upgraden können. Upgrades können fehlen. Manche haben in Form tatsächlich gemeint, dass es kacke ist. Ich finde es nicht schlecht. So freuen wir uns einfach gerade bei den höheren Stufen, wenn unsere Upgrades dann doch erfolgen. Und ist ganz cool. Schreibt aber auch selber in die Kommentare, wenn ihr dazu eine eigene Meinung habt und sagt, nee, finde ich nicht so geil. Und außer Mats sind aus dem Pit also erst im Endgame möglich mit dem Mastercrafting. Vielleicht können wir es so machen, dass man die ersten vier Upgrades ohne Pit kriegt, um damit mal das Masterworking fürs Early-Game freizuschalten, weil aktuell kannst du dann erst ab dem Endgame Mastercrafting und du kommst ins Pit, wenn du Level 41 Altraumdurch abgeschlossen hast. Also ich hoffe, ja. Zumindest die ersten vier Upgrades wären nice, dass man die machen könnte, ohne diese Upgrades aus dem Pit. Gucken wir mal. So, bevor wir zu den Endgame-Sachen kommen, noch kurz die Aspekte. Megageil, die neuen Aspekte. Es geht ja jetzt alles in den Codex. Wir haben ja nicht mehr die Aspekte im Inventar. Wir haben jetzt einen riesen Codex und da gehen alle unsere Aspekte rein. Sobald wir ein Item salvagen, geht das rein. Und wenn wir unser Item upgraden, geht das auch rein. Das heißt zum Beispiel, ihr habt Baseline, ein Schäfer-Aspekt mit 5% erhöhten Schaden und ihr findet einen Legendary mit 10%. Ihr salvagen das dann, dann habt ihr automatisch 10% im Codex und könnt das immer wieder drauf machen, wie ihr wollt. Das ist mega nice. Hier ist aber tatsächlich das Problem auch, die Imprint-Kosten sind viel zu hoch. Ihr braucht im Endgame eine Zwei-Hand 150 von diesen Vale-Crystals und für eine Ein-Hand 75. Und das hat dazu geführt, dass die teilweise Items sich mal inprinten konnte, weil ich einfach keine Mud's habe. Und das wird gerade in Season 4 im Early-Game auffallen und es wäre schade, wenn man dann dadurch so restriktiv ist. Blizzard hat hier aber auch schon gesagt, sie haben das Feedback gehört, die gucken es sich an. Aber generell, megageil Aspekte zum Codex. Man kann auch danach suchen, man kann sie immer wieder inprinten. Richtig, richtig. So, jetzt das Pit. Basically, Kölner Rifts aus Diablo 3 sind zurück. Die machen mega Spaß. Wir haben keine Nerven-Objectives. Pit 200 ist max. Gleich können wir dann in Zukunft noch ein unendliches Pit-Scaling haben, dass gerade auch die krassen Grindr einfach noch was zu spielen haben. Lilith-Wave bei Endbossen kann echt hart sein, weil die sind genauso wack wie bei Über-Lilith. Ich weiß nicht, ob ich da ein Fan davon bin. Das hat mich tatsächlich ein, zwei Mal echt genervt. Wenn es da noch Leg-Spikes gibt oder Server-Legs. Ja, ansonsten bin ich hier Mats für die Master-Working und die Über-Über-Bosse. Also generell, Pits, megageiles System, endlich nicht mal die Nerven-Objectives. Von den Albtraum-Dungeons und hier können wir richtig viel Spaß haben und das wird das neue Goal-to-Endgame-System. Big Fan davon. So jetzt, die Helltides, also die Höllenfluten. Die sind basically eine Vision von den aktuellen Höllenfluten. Den Blutgebiet aus Season 2 und diesem Gebiet aus Season 3. Wir haben quasi ultra viele crazy Objectives. Wir haben einen Boss, den wir beschweren können mit Mats. Der droppt dann mega viele Legenelles. Wir haben so eine Bar, die hoch geht. Wenn wir mehr und mehr Monster töten, wenn die dann oben ist, dann läuft die nach unten und es spawnen ultra viele Mobs und am Ende spawnen so ein größerer Typ, der dann im Endeffekt wieder die Materialien gibt, um den krassen Endgame-Boss in den Höllenfluten zu beschweren. Also megageil. Macht sehr viel Bock. Da ist so viel los in den Höllenfluten. Wir können schon ab Level 1 nehmen, also ab Wellenstufe 1. Da können wir mega viel levelen. Wir können mega viel machen. Megageil. Es ist ein sehr guter Farben-Spot auch für Legendas und so. Endlich kein Dopamin-Handels mehr. Schreibt hier auch gerne in den Kommentaren, was ihr davon haltet. So, jetzt die Über-Über-Bosse. Nur kurz, ich konnte die nicht wirklich machen. Ich habe mir aber das Feedback von den anderen Conning-Gradients geholt. Und zwar, nur der erste Über-Über-Boss droppt ein Spark. Das ist ein bisschen schade. Boss-Mechaniken, finde ich, machen noch nicht genügend Schaden, dass sie für manche Builds wirklich schwierig werden, sondern es sind teilweise nur so Health-Sponges. Also das heißt, das ist ja ultra viel Life, aber man killt es ja nach einer Zeit. Und man kann die beschweren, indem man die Marz aus dem Pit hat. Und es droppt wohl nicht wirklich viel mehr. Also man hat, glaube ich, vierfach einen Anwärtskosten wie normalen Über-Boss. Aber es droppt, glaube ich, nur zwei oder drei Items mehr. Weiß ich nicht. Müsste man vielleicht noch überarbeiten. So, jetzt zum Letzten. Da gehe ich auch noch kurz drüber, weil es ja nicht für alle von euch interessant ist. Drühen-Balancing an sich. Klassen-Balancing kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ich kann nur sagen, dass viele coole neue Builds entstanden sind. Beim Drühen generell. Wenn das Companion-Life noch gefixst wird von den Wölfen, dann ist es auf jeden Fall mega yay. Da haben wir einen mega geilen neuen Build. Wölfe an sich machen ultra viel Schaden. Gehen richtig ab. Gefährten an sich. Wir haben mega viel Schaden. Da ist jetzt 1 zu 1 eure Stats bekommen. Es gibt super viele coole neue Builds dank dem Temper und den Skill-Tree-Änderungen. Wir haben jetzt einen Huren-Hurricane-Build. Wir haben jetzt einen Companion-Ruide. Wir haben einen Companion mit einer Mixed-Ruide. Wir haben einen Gewitter-Schurm-Component-Ruide. Das ist sehr cool. Freue ich mich sehr drauf. Außerdem Lashate also zerreißen. Die Ultimate braucht immer noch einen Buff macht immer noch zu wenig Schaden. Die neue innere beste Legendary Node ist tatsächlich schlechter als es davor war. Weil diese 5 Sekunden für 10 Stacks sind einfach viel zu hoch. Da müssen wenn dann für 10 Stacks 20 Sekunden sein oder weniger Stacks für 5 Sekunden. Tollwood und Ravis benötigen wirklich krasses Gear-Investment und Unix das Bild erst im Endgame-Vival ist. Also X-Files zum Beispiel. Also tatsächlich lohnt sich Tollwood wirklich erst wenn ihr diesen ganzen Schaden über Zeit dann diese ganzen Temper-Afics drauf habt. Cooler Neu-Action und so Unfall und X-Files. X-Files kann ja eure Schaden über Zeit explodieren lassen. Deswegen vielleicht noch ein möglicher Buff für Ravis Schaden dass er auch mehr im Midgame-Vival ist. Aber schauen wir mal ich kann immer nicht so recht einschätzen wie gut oder wie schlecht Tollwood ist. Muss tatsächlich auf dem Live-Server dann testen. Werde ich auch machen werde ich ein Bild rausbringen. Der neue Unique-Ring für Erdrutsche ist Upstruck aktuell weil der funktioniert für direkte Cast. Das heißt ihr müsst Lenslads aus Erdrutsche erst selber casten und die werden nicht von Gift tragen oder zertrampeln getriggert. Was ja gerade diese ganzen Erdrutsche-Builds ausmacht. Also es gibt fast kein Bild der Erdrutsche selber castet kann man machen aber das ist ultra clunky ultra nervig. Wir haben viele Aspekte die Erdrutsche casten und das wollen wir auch haben. Deswegen Blizzard bitte, bitte ich weiß nicht ob es ein Bug ist oder Intended ist aber auf jeden Fall ändert es so dass auf jeden Fall der Unique-Ring auch von Gift tragen oder von zertrampeln getriggert werden kann wenn wir diese Aspekte drin haben. Außerdem sind die Affix-Starts auf dem Ring echt crap also wirklich crap. Da überlege ich bitte noch was Besseres zu machen weil sonst haben die einfach gegen die neuen Tempered-Items vollkommen verloren. Das generell ist der Bucke gewesen der hat viele Interaktionen gehabt wo mega viel Schaden macht wo teilweise Dinge gar nicht funktionieren manche Companion-Interaktionen haben nicht funktioniert manche Skills waren komplett deaktiviert also ja da haben wir es auf jeden Fall nix im PDA noch ein bisschen Tooling dass wir es auch richtig testen können und als letztes kleines Goodie Trading ich habe tatsächlich schon getradet ich habe mir direkt einen X-Falls gerated und Flickerstep war tatsächlich sehr geil die habe ich gebraucht und so können wir jetzt unsere Endgame-Items holen bevor wir überhaupt vielleicht dahin kommen zum Farmen also das ist noch ein mega plus so das war es soweit mit meinem PDA Summary ich bin mega gegabt auf Season 4 wir werden auch so langsam die Videos für Season 4 bringen ich werde sehr sehr viele Build Guides für Druiden für Season 4 bringen aber auch generelle Guides nochmal Trading Guide nochmal Level Guide auch für Höllenfluten Guide und so weiter also checkt auf jeden Fall meinen Kanal aus lasst gerne ein Like dein Abo würde mir riesig viel bedeuten mega viel Support geben und schreibt selber in die Kommentare ob ihr Season 4 spielen werdet wie ihr den PDA fandet und von welcher Klasse spielen werdet bis zum nächsten Video Tschüss